Also traf das Zeug doch nichts. Eid euch, du hast unseren Lack kaputt gemacht. Ich war das nicht. Wie das Öl hier reingekommen ist, diese ganzen Leitungen hier, das ist mit einem Wahnsinn. Und da die Turbos sind natürlich sofort dahinter, sehr versteckt. Wie konnte ich sowas nicht sehen? Das ärgert mich aber. VW würde für so eine Arbeit fünfstellig nehmen. Das heißt, der Motor muss runter. Wat da? Horsch, hier ist bei Kfz. Es wird sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den P-Ton H10 TDI Biturbo. Ich gehöre mich langsam dran. Hier ist der Seilzug gerissen. Ich habe den nur zugemacht und bin die Tage damit gefahren. Ich muss sagen, der lässt sich so geil fahren. Das ist echt so schön. Der raucht zwar, wenn man ein bisschen drückt, dann hat man so eine schwarze Wolke hinter sich. Obwohl er einen Cut-Partikelfilter hat. Und trotzdem raucht er. Das muss man erstmal können. Aber ich muss sagen, von der Bequemlichkeit ist es echt geil. Und ich habe natürlich was gemacht, die Tage. Denkt nicht, ich habe das Auto einfach so gelassen. Weißt du, was ich repariert habe hier, Aldoš? Wie ist das? Da haben wir jetzt kein Video gemacht. Ich hatte Zeit gehabt, habe auf Teile gewartet und habe gesagt, komm, baust du das ab, reparierst du ganz kurz. Weil ich sowieso mit dem Audi, ein aufmerksamer Zuschauer, hat der bestimmt schon gesehen, der Audi steht hier seit sehr lange mir. Wenn Kofferraum so war, war der komplett mit Wasser voll. Echt? Ja. Und der hat die ganze Elektrik weggeschossen. Bei dem Auto ging gar nichts mehr. Elektrische Fenster gingen nicht, Türverlegung gingen nicht, Alarmanlage, Radio, Sitzheizung, alles, alles. Was ihr euch vorstellen könnt, da war ich ja sehr lange dran. Hab das auf jeden Fall fertig. Aber dazu kommt noch ein Video, weil wir die ganzen Querlenker noch machen müssen. Da nehme ich euch natürlich mit, weil ich so ein Spezialwerkzeug habe dafür. Wie man diese A-Punkt-Punkt-Schraube ganz easy innerhalb von einer Minute rausholt. Das geht so easy, das zeige ich euch aber noch. Da war ich ja natürlich ein bisschen im Flow mit Elektrik. Und was habe ich gemacht? Dann habe ich gesagt, guck dir das ganz kurz an und hab hinten unser Kofferraum ganz kurz repariert. Drück mal bitte genau da drauf. Und es funktioniert wieder. Ja, ich habe es repariert. Hier waren ein paar Kabel kaputt. Ich habe viele Kabel einfach erneuert, verlängert und so weiter. Und es funktioniert wieder. So wie ich sage. Geht auch zu. Geht auch zu wieder. Schön. Das ist schön. Gleich nochmal probieren. Können wir von der Liste wegstreichen. Heckklappe. Fertig. Gleich das erste hast du schon mal ready gemacht. Motor. Instandsetzung. Habe ich hingeschickt. Nein. Motorhaugenzug. Heute geht es um das Serro-Öl. Wir waren uns natürlich nicht sicher. Werden wir den Motor runter nehmen müssen oder nicht? Und heute haben wir die Gewissheit, ja wir müssen unseren Motor runter nehmen. Echt jetzt? Ja. Und warum zeige ich dir jetzt? Damit das hier keiner klaut, habe ich sogar unsere Abdeckung wieder drauf gemacht. Das Ding kann uns ihr Arm machen. Und wenn unser Motorhaugenzug irgendwann so teuer ist, dann lasse ich das doch so. Ist mir doch egal. Dann jedes Mal wenn wir Öl kontrollieren, bauen wir das ganz kurz ab. Zwei Schrauben. Abdeckung können wir ja weglassen. Wir werden erstmal Serro-Öl wieder reinklatschen. Damit ihr euch das zeigen könnt, bei Serro-Öl haben wir so gut wie keins mehr drin. Ich sehe es schon kommen. Du hast ja gesagt, ich habe mal jede Menge geplatzt. Es wird voll gemacht mit Fetonsachen. Hey. Mit Fetonsachen. Jetzt hat es geklappt. Ich dachte schon, es geht wieder nicht so. Ich dachte schon, es ist wieder kaputt gegangen. Aber das wäre es, ey. Weißt du, wir kriegen die Beule hier raus? Guck dir die Beule mal an. Ja. Sieht man die Beule? Ja, sieht man. So, wir die gleich mal versuchen. Warum nicht? Mit deinem komischen Wischwerkzeug? Wischwerkzeug. Weißt du was? Komm, bevor wir weitermachen. Ja. Sieht man die Beule? 577. Versuch. Aber der ist noch nicht trocken. Dann probier mal. Also erst mal ein bisschen spannend, ne? Ja, das reicht doch. Sieht schon? Ja, jetzt gib mal ganz schnell. Ja, Eidosch. Ey, also das Zeug doch nichts. Eidosch, du hast unseren Lack kaputt gemacht. Ich war das nicht. Das warst du. Ich war das nicht. Jetzt muss er erst recht lackiert werden. Luftfilter. Die sind hier verbaut. Sehr nice. Das wird auch nicht oft gewechselt, weil man einfach sehr bescheiden drankommt und viel Arbeit. Wie der hier Öl, ne? Wie das Öl hier reingekommen ist, diese ganzen Leitungen hier, dann ist der Wahnsinn. Hier ist der Ölkühler hier ganz unten. Und man sieht ja auch, dass dieser Ölkühler einfach undicht ist, ne? Das heißt, den Ölkühler müssen wir sowieso hier erneuern. Hier, Wasserflansch, sehen wir. Der ist undicht. Das werden wir auf jeden Fall machen. Eine neue Dichtung rein. Oder jedenfalls komplett hier erneuern. Ich glaube, das ist, ja, sozusagen Thermostat. Das werden wir erneuern. Und dann, ja, dann haben wir natürlich hier, haben wir jede Menge Ölverlust. Das heißt, die Ventilneckeldichtungen höchstwahrscheinlich sind undicht. Dann haben wir hier sofort die AGRs sitzen hier drunter. Und da, die Turbos sind natürlich sofort dahinter. Sehr versteckt. Ich glaube, Turbos ist auch mal hier so eine Sache. Turbos sind auf jeden Fall auch nicht gut. Haben wir ja unten gesehen, dass die Ladeluftkühler voll mit Öl waren. Er hat ja hier einen Ladeluftkühler und natürlich da muss er einen Ladeluftkühler haben. Da sieht man den Ladeluftkühler, sehr schön. Da werden wir mal schauen, ob die in Ordnung sind. Da ist auch einer. Warum muss der Motor runter? Ich habe den ja gefahren, ein paar Tage. Und danach ist mir Folgendes aufgefallen. Und wie konnte ich sowas nicht sehen? Das ärgert mich aber. Guck dir das an. Und ganz ehrlich, wo ich den gekauft habe, habe ich gedacht, okay, die Servoleitung läuft hinter dem Radkasten. Dann dachte ich, okay, Universalanschlüsse, zack, schneiden, schneiden, neue Anschlüsse, fertig. Wo ich den gefahren bin, habe ich dann gemerkt, auf beiden Seiten hat er verloren. Da habe ich gesagt, okay. Dann auf dieser Seite, soviel ich weiß, haben wir keine Servoleitung. Nur auf der anderen Seite. So. Und was ich euch jetzt zeigen werde. Seht ihr das mit der Manschette? Jetzt achte, was ich mache. Ich mache jetzt ein Stück. Der Arm stört jetzt aber ein bisschen. Achte. Oh je. Okay. Habt ihr das gesehen? Genau das habe ich mir auch gedacht. Und was heißt das jetzt? Das ist das Problem. Krass. Das ist krass. Und ich habe noch ein ganz kleines Loch reingemacht, ne? Das ist jetzt Servoöl, oder? Das ist Servoöl. Das ist das gute Motulöl, was ich jetzt reingemacht habe. Ganz frisch sehe ich es hier auch. Ja. Eidosch. Gute Frage. Was heißt das? Kann ich dir ganz genau sagen? Sag mal. Servoöl. Das ist das Lenkgetriebe. Lenkgetriebe. Defekt. Defekt? Yes. Affiliate. Vom Lenkgetriebe. Und weißt du, was das Problem ist beim Lenkgetriebe? Zeige ich euch jetzt. Also ihr müsst euch das Problem machen. Motor und danach das Getriebe. Und auf das Getriebe sitzt das Lenkgetriebe. Das heißt hier drunter quasi. Und da ist das Problem. Ihr kriegt das Lenkgetriebe nicht so ausgebaut. Das heißt, der Motor muss runter. Du kannst nicht einfach das Lenkgetriebe so da schrauben, da schrauben und dann so abziehen. Geht nicht. Also der Motor muss runter. Der Motor muss jetzt runter. VW würde für so eine Arbeit fünfstellig nehmen. Mit das Lenkgetriebe zusammen. Ist auch zu Recht. Das ist echt so viel Arbeit. Ich habe ja vom Motor ein paar Sachen bekommen. Die Paletten habe ich nicht umsonst hier gelassen. Wir werden vier Paletten übereinander tun. Die komplette Achse mit Motor, mit Getriebe hier drauf. Also warte mal. Du nimmst jetzt nicht Getriebe und Motor auseinander, sondern die beiden kommen zusammen auf so eine Palette. Ja, also Motorgetriebe brauchen wir nicht auseinander nehmen. Also das muss man nicht machen. Nein. Wir werden das Ganze natürlich komplett ausbauen. Komplett hier drauf und dann können wir da drauf schrauben wie die Weltmeister. Ich meine auseinander bauen ist ja kein Problem. Den aber wieder zusammenzubauen und dann dicht sein. Ja, wir haben auch jede Menge Ölverlust. Also das wird sehr interessant sein. Also ist auch positiv, oder? Wenn du es schon runter hast, dann kannst du auch direkt alles besser überprüfen. Ja, ja klar. Also das Problem ist, hier bist du Kleinigkeiten unternehmen. Guck einfach mal an, Aldosch. Guck mal an, wie dieser Luftfilter hier sitzt. Guck mal. Der Luftfilter wurde nicht mal richtig reingesteckt. Achte mal hier. Hier, Schraube ist nicht fest. Hier ist die Schraube nicht fest. Hier ist alles ab. Also haben wir mal probiert, das Ding hier abzumachen und haben gemerkt. An so einen Motor sollten wir lieber nicht rangehen, oder? Ja, ich meine hier, allein Inspektion hier zu machen, da brauchst du Erfahrung. Wenn du das hier siehst, das kann kein, also ich sag dir, das kann nicht jeder Geselle machen, oder Azubi sowieso nicht. Und jeder Geselle geht auch nicht dran. Ich sag's sogar, ganz ehrlich, wenn ich sowas hier habe, das ist schon wild, muss ich sagen. Du baust was ab, geht was kaputt. Kann ja passieren. Ein Plastikschlauch geht kaputt, ein Flansch geht kaputt. Ja, besorg erstmal die Teile. Du hast ja selber gesehen, was wir letztens bei VW bestellt haben, was so ein kleiner Schlauch kostet. Ja. Ne, ich hab den nur angetippt und der ist auseinander geflogen. Bei einem 2018er Modell. Ne, und der steht immer noch da. Der Motor ja auseinander gebaut. Da geht sofort kaputt sowas. Und ich will gar nicht wissen, was hier alles kaputt gehen wird und was es dann kostet im Endeffekt. Kriegt man die Teile überhaupt von dem? Ja, das ist auch ein Problem. Lenkgetriebe kriegt man, das ist kein Problem. Lenkgetriebe gibt es viel, weil es gibt sehr, sehr viele geschlachtete Phaetons, wo man Lenkgetriebe hinterher geschmissen bekommt. Und das muss ich sagen, das ist das einzige Gute. Das war es aber auch. Turbos und so werden wir uns anschauen. Da ist der Motor so, da habt ihr so eine Abdeckung. Und bei dem ist das genau andersrum. Ihr habt so einen Motor und so eine Abdeckung. Guckt euch die Abdeckung mal an. Und der Motor geht ja noch weiter. Ich freue mich auf die Herausforderung. Bis Mai haben wir ja nicht viel Zeit. Drei Monate noch. Ich werde mir eine Bühne frei halten. Da wird der locker einen Monat stehen. Einen Tag werden wir den hoffentlich abbauen. Alles drauf. Und dann gucken wir mal richtig, was für Sachen wir bestellen müssen. Ob wir die kriegen und, 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 und. Wow. Ich habe mir mit dem Wagen, glaube ich, keinen Gefallen getan. Ich wollte es empfehlen. Sechs Zylinder waren mir zu wenig. Effizient. Aber, ey. Eine Sache ist schon erledigt, alldurch. Die Heckklappe. Ist doch schön. Aber wenn wir den fertig haben, glaubt mir. Daniel. Dann haben wir unser Urlaub echt verdient. Und das Geile ist, wird im Urlaub was passieren. Glückwunsch an die fünf Gewinner, die ich unten erwähnt habe. Schreibt mir bitte mit euren Adressen. Und am besten eine Telefonnummer. Da melde ich mich auch nochmal persönlich. Und gratuliere euch nochmal. Und dann könnt ihr nochmal sagen, was ihr alles haben wollt. Wir haben Kühlerdicht, Kühlereiniger, DPF-Reiniger, Automat, Getriebereiniger, Ventil, Injektorreiniger, Ölstopp. Meinst du, Motor ist doch sehr gut. Meinst du nicht, wenn wir zwei Stück da rein klatschen, dann hält das Ganze, dann haben wir doch alles dicht. Aber dann wäre es doch zu einfach. Wollen wir ja nicht. Oder Motor-Systemreiniger. Die Sachen werde ich ja sowieso komplett bei Marfaeton ausprobieren. Einen könnt ihr aussuchen. Oder ein Öl nach Wahl. Ein Liter natürlich. Und für die Leute, die nicht gewonnen haben, wir werden noch sehr viele Gewinnspiele machen. Dankeschön nochmal an Motul, das sie uns zur Verfügung gestellt haben für das Gewinnspiel. Dankeschön nochmal an euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein. Dankeschön. Es bei dir! tämä. Ja... ...